Es gibt die Leute, die einem was erzählen Und es gibt die, die nichts wissen Und es gibt die, die nie von irgendwas, was gewusst haben Aber ich erzähl dir nichts, ich erzähl kann was Ich habe nur ganz wenige Antworten Ich habe nur ganz wenige Antworten Ich fand, dass Franz Dohler den deutschen Krimi-Press bekommen hat Sehr überraschend und gleichzeitig unglaublich befreiend und beruhigend Eine große Bereicherung für die deutschsprachige Literatur insgesamt Coolrophobie hatte ich auch noch nie gehört Das ist die Angst, die krankhafte Angst vor Clowns Gibt es wirklich? Ich habe es gegoogelt Man kann das Buch ja eigentlich wahllos aufschlagen Und man wird immer auf Stellenstoßen, die man gerne vorliest Ist es ein echtes oder ein zweifelhaftes Kompliment? Es ist ein echtes Kompliment Genau, das Kapitel heißt doch Hoplophobie Als hätten wir es geplant Er ist ja auch jemand, der unterhaltend schreiben kann Und der eine Leichtigkeit auch herstellt Die ja für viele Kollegen verdächtig ist Franz Dohler ist ein verdächtiger Autor Weil er so gut schreiben kann Ich bin ein verdächtiger Autor